Ja, moin moin Freunde des Smart Homes und herzlich willkommen. Ja, unter der Woche, das heißt gleich gibt es wieder die Smart Home News und ich hoffe mal, du hast das Ganze überlebt mit Prime etc. pp. Hast vielleicht sogar ein paar günstige Schnäppchen machen können für dein smartes Zuhause. Ja, heute wie immer natürlich ein paar News über Shelly, über Zigbee Dinge und so weiter und so fort. Ja, und eine überraschende Geschichte, was denn Updates betrifft, der verschiedenen Geräte. Das wird dann eben auch sowas treffen, wie hier die Uhren, Smartwatches, aber natürlich auch viele andere Dinge, wo demnächst irgendwie die Bundesregierung sich entschlossen hat, dass Geräte verlängerte Update Perioden kriegen sollen. Ja, das und vieles mehr. Bis gleich. Ja, reden wir einfach mal drüber, was so die Bundesregierung beschlossen hat. Also eigentlich, wenn man so genau hinschaut, ja, es ist natürlich beschlossen, dass Geräte verlängerte Update Zyklen kriegen sollen. Natürlich ist die Wirtschaft da nicht ganz so glücklich drüber, dürfte auch klar sein. Für uns ist das natürlich in Anführungszeichen erstmal eine coole Sache. Denn, ja, verlängerte Update Zyklen heißt, keine Ahnung, deine Security Kameras, nehme ich mal als bestes Beispiel, ja, wenn die da mit drin sind, kriegen dann halt mal länger Security Updates. Ja, wie die dann aussehen und so weiter und so fort, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und was sind überhaupt Sicherheitsupdates und was sind normale Updates, Funktionsupdates und so weiter und so fort. Das alles ist irgendwie noch nicht so richtig raus, auch wie lange das Ganze ist. Keine Ahnung, nimm eine smarte Waschmaschine. Die hat mit Sicherheit einen anderen Zyklus. Oh, als von mir aus hier irgendwie so eine Uhr und so weiter und so fort. Auch das ist alles noch gar nicht raus. Sieht mir alles ein bisschen, ja, unausgegoren aus. Also, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. So, kommen wir mal zur Synology. Ich habe ja hier auch so ein NAS stehen. Kann man natürlich viele, viele tolle Sachen machen, wie Docker zum Beispiel, um eben, ja, verschiedene virtuelle Geschichten zu machen, um da auch ein IOProger, Home Assistant laufen zu lassen und, und, und. Zum Testen, aber natürlich auch Netzwerkspeicher, eins der Hauptsachen. Und für was ich es auch sehr gerne nutze, ist, um meine Kameras eben damit zu steuern und dort natürlich meine Sachen abzulegen. Ja, die DSM 7 kommt tatsächlich jetzt Ende des Monats aus dem Preview raus. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, zeige ich dir hier. Gibt auch wirklich einiges an neuen Features. Zum einen gibt es dort eine neue Übersicht, eben über alles an Werte. Zusammengefasst finde ich auch schon mal schön. Und vieles, vieles mehr. Ja, persönlich gehe ich allerdings hier und werde es mir noch nicht installieren. Warum? Weil ich die Erfahrung wirklich gesammelt habe. Ist das draußen? Warte ich einfach ein bisschen und werde einfach mal gucken, was in den Foren so abgeht, etc. Vor allen Dingen diese Weilen Station. Da hatte ich bisher immer so das Problem, dass nach so einem großen Update irgendwas geändert wurde. und das danach eben nicht mehr in mein Smart Home System funktionabel ist. So, das ist für mich jetzt tatsächlich ein Problem. Normalerweise bin ich für euch ja immer der Vorreiter. In dem Falle werde ich allerdings diesmal zwei, drei Wochen warten. Gebe ich ganz offen zu. Sound Collection Device. Was könnte das sein zum Teufel? Ja, ganz einfach. Das ist die Möglichkeit, wohl demnächst ja, drahtlos zu laden. Die Frage ist nur, wie, was, wo, wer. Drahtlos zu laden, über Sauen. Ja, ganz einfach. Über die Vibrationen soll entsprechend eben Energie gewonnen werden und damit eben geladen werden können. Das Ganze kann ich mir natürlich jetzt schlecht bei einem Smart Home vorstellen. Wie soll das funktionieren? Soll da nachts irgendwie nochmal ein bisschen Lärm gemacht werden oder so, damit mein Smart Home geladen werden kann? Keine Ahnung. Aber es ist natürlich trotzdem eine interessante Möglichkeit. Es gibt eben genug Lärmquellen. Nimm das Autofahren außen oder sowas, wo man da durchaus vielleicht sogar noch Energie erzeugen kann. Man weiß es nicht. Ich bin mal echt gespannt, wie es da weitergeht mit der Patentgeschichte. Ja, das dürfte bei vielen Amazfit, GTA, GTS 2 E-Nutzern die Herzen höher schlagen lassen. Denn das, was jetzt als Update kommt, das ist natürlich wirklich cool. Hätte ich persönlich nicht mehr mit gerechnet. Denn, ja, Alexa, die Sprachassistentin wird dort Einzug halten. Bisher ist es ja wirklich so, naja, ein abgespeckter lokaler Assistent, wo man dann wirklich nur einzelne Kommandos geben kann. Und dass das jetzt tatsächlich da noch mit hinkommt, ist definitiv ein Mehrwert. Ja, wenn du eine hast, dann freue ich dich auf jeden Fall schon mal auf das Update. Ja, solltest du übrigens eine günstige Uhr suchen. Aldi Süd, ich glaube Ende des Monats, bietet dann jetzt auch eine Uhr an. Amazfit Pip U Pro war das, genau. Ja, die hat auf jeden Fall super tolle Features, hat auch einen Sprachassistenten an Bord und eigentlich so, was der Mensch halt braucht, wie GPS und so weiter und so fort. Und das zu einem absoluten Hammerpreis. Also ich glaube, da kann man nun wirklich nichts sagen. Drei Farben gibt es auch. Das heißt, rosa ist auch mit dabei. Für Frauen, naja, muss ja nicht unbedingt für Frauen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein angenehmer Preis für eine Uhr mit allen Standardfeatures dabei. Und GPS ist für den Preis definitiv nicht überall an Bord. So, damit Bosch auch abgefrühstückt ist, da gibt es auch was auf Twitter. Ja, Rollladen etc. Da kann man jetzt demnächst auch besser steuern. Man kann nämlich das und endlich benutzen. Das ist für mich wirklich unverständlich, wie das bisher sowieso noch nicht funktionieren konnte. Denn so kann man jetzt entsprechend dann auch wirklich in deinem Smart Home vernünftige Aktionen eben machen. Eben, indem man und das und das zusätzlich noch dazu fügt. So kann man eigentlich nur steuern. Vorher, ja, keine Ahnung, ging das eigentlich doch sowieso nicht vernünftig. Dann mit so einem Aufgang, Untergang etc. pp. Die Meldung verwirrt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. So, kommen wir zum Zigbee-Protokoll und ja, Acara etc. pp. Und hier gibt es auch neuen Wandschalter oder viele neue Wandschalter. Zum einen hier mit den zwei Wippen, einfach Wippe, ja, mit Neutralleiter und ohne Neutralleiter. Ja, es ist nicht ohne Neutralleiter, aber ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen. Ja, problematisch, du siehst es, bei den Dingern ist immer nur eins, denn wenn du irgendwie, keine Ahnung, Jira, Jung, Buschjäger, was auch immer hast, hast du damit natürlich ein kleines Problem. Das heißt, das funktioniert natürlich hauptsächlich nur irgendwie in Standalone-Schalterdosen. Aber ansonsten sind die Dinger natürlich cool, Zigbee 3.0 fähig. Das heißt, die kannst du wirklich wunderbar einbinden. Keine Ahnung, entweder hier in so einen Kombi-Stick oder auch eben anderen USB-Sticks oder Texas-Instruments, wie auch immer. Und mit deinem Smart Home, deiner Wahl, IO-Programme-Assistent, was auch immer steuern. Das ist natürlich wirklich cool. Gibt ja auch genug andere Dinge diesbezüglich. Und wenn wir dann schon bei Zigbee sind, Ikea bringt eben auch neue Leuchtmittel raus und an den Start. Die sind ja wirklich schon immer günstiger gewesen. Ja, Retro-Leuchtmittel stehe ich hier ganz besonders drauf. Siehst du zum einen hier oder auch hier. Einmal natürlich von Shelly. Und das da ist, glaube ich, eine Tint. Ich weiß es gar nicht. Oder ist das doch eine U? Kann natürlich auch sein. Ich habe ja wirklich verschiedene Dinge am Start. Auf jeden Fall 9 Euro zum Beispiel für die E14 etc. ist wirklich ganz angenehm. Da kann man wirklich nichts sagen. Das Einzige, ja, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, etwas anderes zu nehmen, außer die Ikea-Bridge. Da ist man wirklich einfach zu sehr eingeschränkt. Vorteil ist natürlich, hier siehst du es wieder an der Uhr, ja, was Apple-Universum betrifft, kannst du natürlich dann gleich loslegen. Also das ist wieder der Vorteil dieser Bridge. Also das musst du natürlich entsprechend dann selber abwägen. Und apropos, ja, das geht jetzt an dich draußen. Hast du eine U-Bridge, dann schreib mir mal sehr gerne unten rein. Mit dem letzten Update, wo ja auch entsprechend die App abgedehnt wurde etc. pp. Ja, meine U-Bridge bricht andauernd zusammen und funktioniert nicht mehr vernünftig. Hast du auch das Phänomen, lass es mich sehr gerne unten wissen. Die ist einfach irgendwann weg. Das heißt, egal ob ich die U-App nehme, irgendwann steht dort, ja, ich verbinde wieder, bitte warten etc. Oder auch in Home Assistant mittlerweile öfters einfach nicht mehr da. Das heißt, die will eigentlich nicht mehr richtig. Ich warte jetzt mal auf das nächste Update, finde das aber wirklich ein bisschen strange. Ja, Homey von Atom hat auch ein Update bekommen. Das Ding bietet ja auch Zigbee unter anderem oder aber auch 433 MHz für diverse andere Dinge. Und natürlich Z-Wave, also Z-Wave, bin ich ja immer noch ein Fan von, habe auch noch vieles hier immer noch am Start. Da wurde endlich mal ein Update gemacht auf S2. S2, ja, wenn sich jemand wundert, der sich damit auskennt, S2 ist wirklich schon Standard seit halben Ewigkeiten. Deswegen verwundert mich das wirklich so ein bisschen, dass erst jetzt das Update kommt. Ja, das verbessert eigentlich die Sicherheit, Inklusion und vieles, vieles mehr. Ja, was soll ich sonst dazu sagen? Ich habe auch mal bei GitHub geschaut, wie es denn sonst so aussieht. Mache ich immer gerne, um mal zu sehen, wie die Softwarestände sind, wie denn entwickelt wird. Mach dir einfach selber ein Bild. Persönlich finde ich es auf jeden Fall, dass sich da ein bisschen zu wenig tut. Aber solche Systeme an sich sind natürlich nicht schlecht. Warum? Ja, hast du irgendwie gar keine Ahnung mit Raspberry Pi und Linux und ja, diversen anderen Dingen. Du musst ja dann auch wirklich solche USB-Sticks für die Protokolle haben und so weiter und so fort. Wem das alles zu viel ist, dem kann man durchaus so ein System empfehlen. Man sollte wirklich nur schauen, wie up-to-date ist das, wie aktiv ist die Community etc. Und natürlich ja, in die Zukunft gesehen, muss man ja leider Gottes auch so sagen, jetzt erwähne ich wieder das ganz schlimme, Thread natürlich als Protokoll gesagt und natürlich übergeordnet Matter. Ja, das wäre natürlich auch ganz cool, wenn sich dann eben derjenige schon geäußert hat. Dann kann man auf jeden Fall da auf den Zug aufspringen. Ja, SmartThings hat sich da ja schon geäußert und die sind dann, denke ich mal, relativ zukunftsfähig. So, Homematic IP gibt es dann auch was Neues, das zeige ich dir hier. Das heißt, hier gibt es mal wieder, naja, Herbst ist klaro. Es fängt dann wieder die Zeit zum Heizen an etc. Also gibt es ein Thermostat. Ist eigentlich hübsch anzusehen, was die Features betrifft. Finde ich jetzt allerdings nicht gerade so wahnsinnig viele Unterschiede. Musst du selber entscheiden, wie es bei dir eben aussieht, was Design betrifft. Ob das wirklich für dich ein triftiger Grund ist. Schreib mir mal sehr gerne rein, ob da eben für dich Design so eine große Rolle spielt. So, Gigaset ist auch mit was Neues am Start, nämlich eine Doorbell, die One X. Für knapp 170 Euro. Drohnen ist das auf jeden Fall ein Preis, wo eben Ring und Konsorten auch sind. Es sei denn, sie sind natürlich vergünstigt, wie gerade eben. Das ist ja jetzt rum. Ja, was kann das Ding? Eigentlich nur Standardkost, hätte ich beinahe gesagt. Full HD Live Build. Witzigerweise, wenn man es in der Cloud speichert, ist es sogar so, dass es gar kein Full HD, sondern nur noch HD ist. Finde ich auch schon ein bisschen strange. Na ja gut, und dafür brauchen wir natürlich dann mal wieder ein Abo. Ist doch klar. Das wird es auch geben. Ja, hast du Nuki zu Hause, ist das vielleicht für dich interessant. Denn damit kann es agieren. Das heißt, ja, du kannst entsprechend natürlich dann auch die Tür öffnen gleichzeitig. Ist ein nettes Feature. Ja, ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt kaufen, denn ich stehe halt, wie du ja weißt, eher so auf lokale Sachen. Aber die sind natürlich ja in diesem Bereich, Türklingeln und so weiter und so fort, meistens eben do it yourself. Da gibt es wirklich, wirklich wenig auf dem Markt, was eben das Ganze lokal macht. So, beinahe hätte ich es vergessen. Es gibt auch eine neue Beta hier von diesem Shelly Motion. Hat es ja Klaus letztes Mal schon angekündigt. Da sollen jetzt wirklich nochmal 30% mehr Laufzeit gewonnen worden sein. Wenn dem so wäre, wäre das wirklich mal ein Daumen hoch. Komischerweise, ich kann es mal wieder nicht installieren. Ich kriege hier die Beta im Moment nicht angeboten. Bisschen schade, aber nur gut. Wenn alles glatt geht, ist sowieso in der Woche dann das Richtige draußen und alles ist toll. Ja, letztens hatte ich hier auch erwähnt gehabt, dass nochmal ein Bug gefunden wurde, was eben Wi-Fi betrifft, die verschiedenen Geräte und eben, dass die manchmal verschwinden und so weiter und so fort. Da hatte ja Dimitar drum gebeten, ja, dann mal eben für Shelly 2.5 oder Shelly 1 eine Firmware einzuspielen, Loks einzuschalten und wenn eben der wieder rausflickt, dann das Ganze zu rebooten und die Loks entsprechend, glaube ich, bei Google Drive entsprechend hochzuladen. Habe ich gemacht. Ich war jetzt allerdings der Einzige oder sehe ich vielleicht nur meine Files, dann wäre das ja okay. Und ihr habt entsprechend auch was gemacht. Ja, ansonsten, ja, wenn es dich interessiert und du gerne eben einen Beitrag leisten möchtest, mach das Ganze doch auch, wenn du noch ein, zwei, fünf oder so zu Hause hast, den du nicht brauchst. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, und jetzt kommen wir noch zu der anderen wirklich tollen News. Ja, letzte Woche war das ja, glaube ich, gab es schon das Video dazu, wo es denn veröffentlicht wurde von Home Assistant. Und die war doch wirklich wieder ein ziemlicher Knaller, muss ich mal sagen. Ja, vielleicht kennst du diese Bastelboards. Ja, das hier ist so ein D1 Mini. Es gibt allerdings hier natürlich auch andere ESP32 Board. Das ist ja ein 8266, also ähnlich wie die Shellys, die das mit drin haben. Das ist ja so ein bisschen der Nachfolger der ESP32, der übrigens auch Bluetooth hat. Warum, sage ich dir ja gleich, dass benötigt wird. Auf jeden Fall, ja, Home Assistant hat es sich eben zum Ziel gemacht, das Ganze jetzt zu vereinfachen. Normalerweise gehst du ja wirklich hier, schließt so ein Board an. Mittlerweile ist das ja schon mal wunderbar. Das heißt hier ganz normal USB-technisch an den Rechner anschließen. Aber danach lädst du deine Oberfläche. Deiner Wahl gibt es auch mittlerweile verschiedene. Musst allerdings dann meistens Bibliotheken auswählen. Musst auswählen, was hast du denn da. Geht dann auch meistens darum, wie viel MB das Ding hat, um eben dann später auch Software draufspielen zu können und so weiter und so fort. Musst also wirklich so einiges wissen. Und das Ganze wurde jetzt entsprechend vereinfacht. Dafür gibt es nämlich jetzt die ESP Web Control. Und das ist mal wirklich cool. Das heißt, du gehst wirklich hier, schließt das Ding an und dann drückst du mehr oder minder nur drauf und die Software wird einfach drauf gespielt. Und das, was du danach eigentlich nur noch machen musst, ist eins. Du schließt einen Sensor etc. an, gibt es genug Anleitung. Und danach konfigurierst du das Ganze eben in deinem Home Assistant und sagst, ja, auf dem, dem Pin liegt entsprechend der Sensor. Und schon ist das Ganze eben fertig. Mehr musst du da nicht tun. Wenn das mal nicht wirklich einfach ist, das finde ich wirklich ein super Knaller. So, und dann kommen wir hier nochmal zu dem ESP 32. Warum? Hatte ich ja gerade eben erwähnt mit Bluetooth. Denn wenn du Wi-Fi einstellen willst, ist das natürlich auch immer so eine Sache. Und auch das geht jetzt einfach. Denn im ProV wurde jetzt auch noch entwickelt. Das heißt, du kannst auch dort über die Oberfläche hier gehen, über Bluetooth und Wi-Fi einstellen. Das ist mal wirklich der Hammer. Und keine Sorge, wenn du kein Home Assistant hast. Das Ganze funktioniert eben nicht nur da. Denn, ja, dieses wurde zum Beispiel auch adaptiert in eben anderen Dingen wie ESP Easy und so weiter und so fort. Im Moment in der Beta. Aber, ja, aber man sieht, das ist echt mal Hammer, was da eben vorangeht und vorangetrieben wird. Das Ganze übrigens auch über diesen Cloud-Beitrag, wo ja immer so einige am Motzen sind. Was soll das Ganze? Und klar, wird natürlich erst mal der Server finanziert, logischerweise. Aber natürlich auch solche Projekte unterstützen. Da muss ich wirklich sagen, top. Da kann ich nun wirklich nichts gegen sagen, wenn man dann auch wirklich solche Projekte eben ins Leben ruft, um es, ja, der Community da noch ein bisschen einfacher zu machen. Denn damit kann man nun wirklich so einiges machen. W-Let eben, um dies, ja, entsprechend zu steuern, ist da eben mit am Start und so weiter und so fort. Also eckig eine schöne Sache. So, aber das soll es für heute wieder gewesen sein. Ist eh schon wieder ziemlich lange geworden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo und die Glocke nicht vergessen, damit du immer informiert bist, wenn denn Videos kommen, zum Beispiel jetzt vielleicht am Wochenende, damit du das nicht verpasst. Auf jeden Fall die Glocke nicht vergessen. Ja, Däumchen würde mich natürlich auch freuen. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Und bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg. Euer Jörg.